hallo leute und herzlich willkommen zurück bei soma wir sind hier in einer schönen unter wasser welt quasi außerhalb der station und suchen ein schocken ich bin sehr gespannt was uns noch erwarten wird weil es einfach nur geil was kann man auch anzug an ob uns dieses blaue elektrische über das zeug helfen will gespeichert das heißt etwas einfach nur cool ich hätte mich noch mehr umgehen sollen wir können aber wir können noch rennen die lappen gehen auf jeden fall noch alle ich kann was machen kalt tot wow der weg hat es nur verarscht da hatten wir das war gar nicht karl der fläche karl getötet weil wenn die sagt karl ist tot oder das ist vielleicht nur verletzte karl die die man das wieder denkt der tod weil das ihnen schaffen wird oder so kann auch sein alter was bin ich verwirrt einfach mal f gedrückt ja guck mal kurz oder info der fahrt auch gut und hat aber erst wieder ohne sehen andererweise die klasse und plan plan hier schon wieder was elektrizität da vorne hier hallo hallo ich hab doch da nicht so leid alter ich habe wenn ich gehe ich will die reden die branchen sterben die halt ach so und dadurch haben die vier keine ressorten mehr und jetzt wütend weil das stehen ja es ist okay da hat sich nur gewährt zu überleben ja welche finde ich werde sterben nicht nur ruhe er steht deswegen so sauer vollkommen verständlich wieder hoch schon danke schon aber wo muss ich lange nicht die voll auf dem konzert gebracht das muss schon ein bisschen leute wenn ich böse ja okay kann man hier lang schabiert richtig links rechts ich mein links in löschen mit irgendwas wo komme ich hierher ich dachte dass wir dieses sprach ding und gab mal wirklich mal so eine stadt klein aber auch umlaufen wahrscheinlich fast vorstellen also schwemmt oder extra wollte das war so gemacht und das hier was hält hier hi hi wir schießen sicherheitsdrohne ja cool mal geholfen durch was ist hier hallo na du hast du mit ich wollte dass ich ja tun aufs netzfahrer zurück und wirklich mit kassels hilft mir jetzt egal ist das denn dann machen wir zum feindlichen die hätten das mich angegriffen hat es ist ja nicht böse aber trotzdem einfach aus prinzip wo wandert jetzt einfach aus prinzip man bist ja schon ok sie macht die achte ich mache gar nichts das natürlich verschießen also ok halt nicht vielleicht braucht die vorhanden ich habe nicht vorgelegt wenn er ein kann was mit cool am freund ja ist ja gut dann werden wir dann mit dem ein bisschen machen das war nicht so viel aber egal ich brauche auch mal wieder ein bisschen live eigentlich hätten das noch irgendwas da gehen wir machen stört der meld zwischen da los hier schon wieder irgendwas ist hier was ist denn los? ach wieso? so ein toll wie fliegt es laut dagegen? ey! hallo, hör auf ich glaube das wird durchgeschnallt. das Viech da? okay. hm. was hier abgeht ey. voll cool. hier feiere ich gerade übel, dass sie hier. ooo, weil sie es gerade gerettet haben. ich glaube da muss man noch nicht lang, oder? ich bin noch ein bisschen überfordert, wo ich lang gehen muss. aber hier gehen halt über lichter an, hier ist der so ein typ. achten wir uns eh nix. wir haben doch eigentlich ein bisschen zeug haben. na du? guck, du machst gar nichts. okay. ich will nur durch. hier ist ein boot. cool. darf ich hier drauf? natürlich nicht. was ist das denn? was ist das hier? darf ich hier hoch oder so? das schau ich nicht, ne? schade. komisches toll ey. pfff. okay. schau ich mir noch richtig. ich bin einfach irgendwie wie Wendung rumlaufen, aber es sieht gut aus. shuttle station! jawohl, was ist denn? voll cooles game ey. geil. warum muss ich jetzt eigentlich mit schaffen? geht eh nicht mit mir. wow. schweißt auf. cool. was ist denn? sorry, kommt auch noch mal. ja, da sieht klar aus. wärm. so, ähm. cool. vielen Dank. gerade freue mich seitdem ich den imM Xia soort, dann dij。 hopäonen. verscheinlich, wenn ihr da reingeht, ähm, wir lebtND. so, der wasser, escola, Wentz oder14. huskessch. bei dir das hier. was sagt finanz. Vielen Dank. cool dankeschön hier ist auch noch was hat alle hier noch muscheln alles cool naja guck mal ob wir einen shuttle finden oder wo hat vielleicht mal wieder ein bisschen leben ah haben wir toll zugemacht warte mal ich hoffe du lässt nur das wasser ab ja gut puh schlacht schon jetzt fieche ich mich mal ganz so selbst ich will was leckt wow mega rückler ja hoffe ich auch hi gut hier brauchen wir jetzt aber ohne lieber nichts okay ganz kurz leute hat er mal kurz alles ist gut da ist es so wie er muss man mal so hat gerade noch andere fenster noch geöffnet deswegen hm okay hier sind wahrscheinlich auch andere roboter oder denke ich mal ich glaube so einfach kann man nicht lang das ist das ist das ich habe irgendwas ich sollte sich reparieren das hat mein leben auf jeden fall ich habe Angst dass bei den lindern das ist game quest was was alter scheiß ding übertreibst man es tut mir nicht weh mehr lang ich muss wahrscheinlich ran zu wenig strom fuck you halt nicht ach hinten ist lang die musik gefällt mir gar nicht so hier ist auch alles am arsch wer hier wartung betreibt ist doch dumm ok Hallo, hoffentlich gerade hier nicht an, oder hoffentlich ist hier nichts drin, hat jeder gesagt, weil hier ist ja irgendwas durchgebrochen anscheinend, ne, ich darf behaupten, warum, ich fühle mich immer so selbst, ich schreibe mal lieber nicht durch, ich schreibe mal normal durch was zum habe ich gesehen, ist mit dem typ los bitte ausgesaugt von dem vieh, oder wieder überlebt ok ok der lebt noch, oder die creepy hat ein bisschen schütz hier was zu machen die arme hat ihm die arme gezogen ist in ihr drin dieser schlauch und das auch im kopf die dafür sterben ok heute machen immer diese holland holland irgendwas ding lustige ich muss schon wieder ein stromkampf mal zu strom haben schon wieder muss jemand töten wir sagen alle ich brauche hilfe und sagt dem holler holand typ da irgendwie bescheid bei dem anderen alle bringe ich quasi um alle nur damit genug strom habe ok 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 die steht natürlich wird sterben oh fuck das war doch klar, oder? das läuft hier Öl raus oh the fuck leider tot ah das sieht zu geil aus, sorry aber das sieht geil aus ähm ja hm ich glaube ich habe genug strom aber äh äh mach das dann die schwächer kann naja äh 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 ähm äh ähm 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 okay wir dürfen jetzt den die Tür aufmachen ok ok strom auf strom an strom an nice epsilon geothermal power plant cool shuttles müssen wir nach lambda das heißt wir müssen shuttle 1 nehmen 2 y p rb ist gerade im grün oder das gerade abfährt angeblich oder was keine ahnung wie es gemeint ist ich würde eh als ich glaube ich alter marschitz aber täter ähm äh land da als shuttle 1 müssen wir nehmen oh wait das sind die shuttles das ist doch nicht hier ist doch halt eingekracht hier ist doch halt eingekracht am arsch ich gehöre nicht in so ein ding rein auf alles herum steht was für waffen schall ist und hat ich glaube das ist 2 sieht ganz cool aus eigentlich Alter das wird 100 pro irgendwas probieren jetzt gleich ja ja ok kann man doch irgendwas machen oh hm ähm fahrt aus 2 flutbare luftschleuse operatursitz ok soll man mit mir das ein zeug hm mh flexible rohre hat der typ schon angekreuzen mir aber nicht komisch ok hm starten wir mal oder wir werden uns hin oh geil ah so ich bin der captain von dem link soll ich das jetzt erst steuern wäre ja so cool rein damit shuttle j6 aktiviert standing by bereitschaft da ist das hebel zum drücken kurz aufstecken ich kann gar nicht mit richtig umschauen hier dazu nur die hebel drücken ok dann hocken wir natürlich hin ich meine wir fahren das teil und ähm ich nehme mir eine meck ich nehme mir eine meck tschöö die 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 finden sich hier nein ich möchte die 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 technische probleme nicht verfügbar wir sollen auch lamp da ja abfahrt lang da ok leute das geht es bestimmt voll gut ich hab immer wieder kaputt schon ab und seh das ja aber wird jetzt immer wird bei dir willkommen zu pathos 2 ihr expressway zu den starren was begonnen als eine thermo-mining-operation in den 60s hat nun zu Hause zu der omegas spazierkunde der welt am liebsten Weg um Satelliten und deep space proben unsere uniebte atlantik-ocean-location Ruhe. Vielleicht passiert was. Das Programm ist ein bisschen kaputt. Das Programm ist ein bisschen kaputt. Das Programm ist ein Teil für verschiedene Forschungsprojekte. Okay, gut. Okay, gut. 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 Da müssen wir alles hin. Was passiert denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ich sitzen soll. Warnung. Gleif blockiert. War so klar. War so klar. Tja. Scheiße, was? Schaut jetzt nicht mehr ganz so weit nach. Lamp da. Lamp da. Natürlich. Lamp da. Können wir uns irgendwie zu laufen bringen? Was passiert hier? Lass mich doch einfach weiterfahren. Ich muss die Maschine sein. Scheiß. Ah, Mann. Immer diese Scheiß-Technik. Immer liegt es an der Technik, dass wir nicht weiterkommen. Äh. Äh. Die Technik haben wir hier viel zu tun. Das ist wohl wahr, ne? Gut. Nichts. Ich sage, wir gehen mal hier raus. Und gucken, wie es hier aussieht. Irgendwie durch den Tunnel wahrscheinlich dann laufen. Und ob wir irgendwie dann nach Lamp da irgendwie durchkommen, ne? Und dann, ja. Dankeschön für's Hirn. Tschüss und bis nächste mal bei SOMA. Tschüss oder самые